Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute wollen wir über etwas sprechen, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und was, so wie es aussieht, und ihr habt es ja im Thumbnail schon gesehen, um was es geht, anscheinend in MW3 einfach ignoriert wird, beziehungsweise keinen Support mehr bekommt, keine Weiterentwicklung und dann in der Versenkung verschwindet und eingestammt wird. Der DMZ-Modus. Meiner Meinung nach ist von all dem Dreck und Scheiß, den wir mit MW3 bekommen haben, der DMZ-Modus, der mit Abstand beste Neuerungen, die wir bekommen haben. Ich als seit Februar Main-Tarkov-Spieler, ich habe mich ja komplett in diese Extraction-Shooter-Szene reingehauen sozusagen, kann euch sagen, dass DMZ im Vergleich zu Tarkov natürlich wirklich Tarkov auf Wisch bestellt ist. Also ich verstehe jeden von euch, der sagt, ey, es ist aber auch ein DMZ voll heftig, wenn ich meinen großen Rucksack verliere oder meine 3er-Kommen-Weste oder, oder. Es ist im Vergleich zu Tarkov aber absolut gar nichts. All diese Sachen könnt ihr innerhalb von 3 Minuten in einer DMZ-Runde wiederfinden und habt überhaupt gar keine Sorgen. Eure Waffen sind nicht auf Dauer verloren, sie sind versichert, ihr kriegt sie immer wieder. Die Waffen an sich haben keinen großen Wert, Tarkov ist da viel, viel extremer. Aber es soll nicht um den Vergleich gehen, sondern die Tatsache, dass mit DMZ ein Modus reingebracht wurde, den wir so in Call of Duty noch nie hatten und der meiner Meinung nach sehr viel Spaß macht, aber eben auch einige Sachen einfach nicht umgesetzt bekommen hat, die dafür sorgen würden, dass auch die Spielerzahlen noch deutlich höher werden, als dass sie sowieso schon sind. Und an der Stelle ein ganz, ganz kurzer Reminder für euch. Holy hat tatsächlich Adventskalender rausgebracht. Und diese Adventskalender sind wirklich perfekt, um sie zu Weihnachten, beziehungsweise vor Weihnachten am besten, an eure Liebsten zu verschenken, um euch selber ein kleines Geschenk zu machen. Und ich persönlich habe eigentlich jedes Jahr immer einen besonderen Kalender und einen Schoko-Kalender. Ich bin da so ein bisschen gierig immer. Und dieses Jahr bei mir wird es wieder so ein 5 Euro Schoko-Kalender sein wahrscheinlich, weil ich diese Kinder-Schokoladen-Kalender nicht so geil finde, einfach viel zu teuer. Und dazu wird es einen Holy-Kalender geben. Ich bekomme den ja Gott sei Dank von den Jungs geschenkt. Bis zum 3. Oktober bekommt ihr auch noch Rabatt darauf und ihr könnt meinen Rabattcode nehmen. Und ich kann euch nur empfehlen, ihr habt bei dem Squad-Adventskalender einen großen Vorteil. Es gibt eine nagelneue Sorte, die ich nicht kenne, ich kenne sie noch nicht, die mit drin verpackt ist. Das heißt, wenn ihr euch oder euren Liebsten ein cooles, wirklich sehr, sehr cooles Geschenk machen wollt, meine Empfehlung für euch. Fangen wir bei DMZ mit dem Problem an, was ich relativ am Anfang schon mal in dem Video erwähnt habe, was sich bis heute nicht geändert hat. Es gibt in dem Sinne kein Ökosystem, keinen richtigen Markt, bei dem man mit den Sachen, die man extrahiert, etwas wirklich Wertvolles kaufen kann, in großem Maßstab, anders als einfach XP dafür zu bekommen. Wenn ich eine richtig gute Runde DMZ habe, dann kann ich eine Waffe von einem Gegner mitnehmen und ich kann vielleicht noch eine 3er-Komm-Weste mitnehmen oder eine Sanitätsweste oder ich kann noch ein Backpack mitnehmen. Das ist alles schön und gut, aber viele Items, die ich sammle, werden automatisch am Ende der Runde einfach nur in XP getauscht. Und XP ist das Wertloseste, was wir mit diesem Level-Prestige-System, was wir seit MV19 haben, überhaupt bekommen können. Denn natürlich gibt es einige, die unbedingt Max-Level erreichen wollen. Level 1250 ist es ja, glaube ich, aktuell. Aber nüchtern betrachtet ist es so, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Level 50, Level 131, Level 740 und Level 1250. Ihr habt keine Game-Breaking-Unterschiede, keine riesengroßen Vorteile, kein gar nichts. Das heißt, dieser Incentive zu spielen, damit man eben etwas bekommt, ist, da müssen wir den Vergleich zu Tarkov ziehen, ganz, ganz anders. In Tarkov könnt ihr mit Sachen, die ihr aus dem Raid rausnehmt, wenn ihr überlebt, könnt ihr verkaufen auf einem Flea-Markt, also auf einem öffentlichen Markt sozusagen, an andere Spieler und könnt mit dem Geld, mit den Sachen, die ihr verkauft habt, euch bessere Waffen kaufen, bessere Waffenaufsätze, bessere Rüstung, bessere Rucksäcke, bessere Helme, bessere Headsets, ihr könnt euch unfassbar viel kaufen. Es gibt ein richtiges Ökosystem, was in dem Fall deutlich besser ist, als das in DMZ, denn dort bekommt ihr für eure Sachen in der Regel halt XP. XP sind relativ egal. Natürlich haben sie daran jetzt mittlerweile ein bisschen dran gearbeitet. Ihr könnt ein bisschen Geld bei euch jetzt sozusagen im Stash oder wie auch immer man es nennen möchte, horten und später mitnehmen. Gestern haben wir sechs Stunden lang versucht, die Serpentime-Camo zu holen. Das ist ja diese Camo, die man in DMZ mit ganz vielen Aufgaben verbunden holen möchte. Wir haben alles geschafft in DMZ, wirklich alles. Das Einzige, was uns fehlte, war nach einem richtig krassen Endfight, und das seht ihr so ein bisschen nebenbei, was wirklich intensiv war, weil wir wussten, wir durften nicht sterben, wir brauchten nur noch den Plünderer. DMZ ist das Einzige an MW2, was mich seit Monaten überhaupt dazu bewegt hat, die Konsole anzuschmeißen und Tag auf meinen Tag zur Seite zu schieben und zu spielen. Und jetzt ist es so, dass eben laut sehr, sehr vielen Gerüchten DMZ eben zwar noch verfügbar sein soll, während MW3 dann sozusagen ganz rauskommt, aber eben kein Update mehr bekommt, keine Season mehr bekommt, keine neue Map sozusagen. Wir haben ja verschiedenste Maps für DMZ mittlerweile, was ich cool finde, was ich auch notwendig finde. Und die Begründung dahinter soll wohl sein, dass die Spielerzahlen nicht so sind, wie Activision oder Infinity Ward sich das vorgestellt haben. Und natürlich gehen die Spielerzahlen zurück, wenn man auf Dauer in DMZ kein Goal hat, kein Ziel, auf das man wirklich spielen möchte. Und eines der größten Ziele wäre eigentlich, dass man eben seinen persönlichen Reichtum, seine persönliche Ausrüstung auf ein Maximum ausbauen möchte. Dafür bräuchte man gar nicht viel. Man bräuchte nur ein Ökosystem, was uns erlaubt, die Items, die wir aus einer Runde mitnehmen, für mehr Geld öffentlich zu verkaufen oder für viel, viel Geld so zu verkaufen, dass wir von diesem Geld, was wir dann eben einnehmen, uns bessere Sachen außerhalb eines Raids kaufen können. Das haben sie bis heute leider nicht hinbekommen, dass man das so umsetzen kann. Was also bedeutet, für viele ist es mittlerweile so, sie spielen diese komplett kaputte Lockwood-Shotgun mit einer Sniper in einem Dreierteam auf einem Dach und campen Shops ab. Und entweder campen sie an jemanden ab und freuen sich oder sie gehen wieder raus. Das, habe ich festgestellt, ist für viele mittlerweile DMZ. Das sorgt natürlich auch dafür, dass viele Leute nicht wirklich langfristig großes Interesse hier in diesem Modus weiterzuspielen. Das nächste Problem ist, und da will ich gar keinen angreifen, aber die Zombie-Community möchte natürlich jetzt auch wieder einen Zombie-Modus haben. Und so wie es aussieht, sind die Ressourcen, die man seitens Ledgehammer und den unterstützenden Studios hat, halt so begrenzt, dass man eben jetzt in MW3 diesen DMZ-Zombie-Modus rausbringt, was dann eben rein PvE ist. Ist ja für einige auch das, was sie wollen. Andere wollen halt PvP. Für mich ist ein Extraction-Based-Shooter PvP. Also, wenn ich gegen jemanden im Gunfight verliere und er meine Sachen nimmt, ist das Bruchgefühl extrem. Genauso ist aber das High, was ich habe an Dopamin und Adrenalin, wenn ich einen Squat in Tarkov auslösche und mit 80 Kilo Gepäck von denen rausgehe, genau das Gegenteil, was ich eben auch haben möchte. So wie es aussieht, wird dieser DMZ-Zombie-Modus dieses Jahr wieder supported oder neu supported, neu dazugebracht und dafür wird DMZ-PVE-PVP in dem Fall zur Seite geschoben. Etwas, was wir seit Jahren in Call of Duty sehen, ist, dass teilweise gute Modi in einem Game implementiert werden und dann einfach in die Tonne geworfen werden. So, das wird gar nicht weiter supported. Bestes Beispiel Cold War Fireteam Dirty Bomb. Dieser Modus war ja laut Gerüchten, ob stimmt oder nicht, ursprünglich geplant als Blackout 2. Das wurde dann in die Seite geschoben, weil Warzone eben viel erfolgreicher war, als man das eigentlich geplant hat. Und Fireteam Dirty Bomb war so ein Nebenmodus in Cold War, der am Anfang eigentlich Spaß gemacht hat, aber nie Support bekommen hat. Keine Updates, kein gar nichts und dann halt einfach irgendwann gestorben ist. Wünschte ich mir für MW3 DMZ? Ja, definitiv. Ein aktuelles DMZ mit dem Movement-System, was wir allem anscheinend nach, und das werden wir jetzt bei der Beta ab 7.10. ja live sehen können, bei mir auf dem Twitch-Kanal auch, wenn ihr wollt, würde natürlich großartig sein. DMZ mit Extraction-Based, sag ich mal, Elementen dazu, mit dem guten Movement-System, vielleicht mit einem guten Gun-Feeling, wäre meiner Meinung nach für die ganze Franchise eine absolute Bereicherung. Jetzt so, wie es aussieht, wird es eingestapft. Wir kriegen eigentlich nur DMZ-Zombie-Modus. Finde ich persönlich sehr schade. Ich freue mich natürlich trotzdem für alle, die eben PvE mögen und Zombie-Slashen wollen. Mich würde interessieren, was eure Meinung dazu ist. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und wenn ihr neu seid auf dem Kanal, checkt unten die Videobeschreibung ab. Wir haben noch einen Zweitkanal für DMZ-Gameplays, für Tarkov-Gameplays, für Reactions, für alles Mögliche. Ich bin raus, wir sehen uns.